so herzlich willkommen zurück zu der ganz show dieses mal ist die m4 dran und wie immer erstmal alles weg brauchen wir nicht brauchen wir nicht brauchen wir nicht schon keins da war es da war es schon wieder wieder pionier style und ich habe den server gewechselt werde jetzt auch gleich merken ich habe mich jetzt so tierisch über die drei schuss kann man auch in ein schuss verwandeln will ich aber nicht ich habe mich ja so tierisch über diese pump ganz aufgeregt deswegen habe ich mir jetzt gedacht egal wechseln wir halt mal ein server weil er hat ja kein wert hat er kann werden nämlich die ganze zeit aufregt und ja ich gedacht ich wechsel jetzt mal ein server ich hoffe jetzt ein bisschen humaner weniger 1 2 sind ja okay aber wenn dann echt so viele die entgegen kommen wenn du merkst du wirst nur noch von dem scheiß gekillt dann ist schluss der ist gesehen leute da noch ein prozent gehad ich habe helfe bei kill 100 gekriegt ich weiß nicht was den gerade gerettet hat hält lange lange da und sein müssen ich meine diese drei schusswaffen hätte er noch power habe ich immer gedacht das habe ich jetzt gar nicht verstanden der hätte schon ewig down sein müsse naja mal noch einen mitgenommen sind einfach zu viele gerade im moment das problem ist halt auch man kann nicht bei seinem mate sporen das ist team deathmatch dieses mal gleich machen wir ein bisschen was anderes habe ja gesagt ich nehme beides mal mit rein team deathmatch und vorherrschaft team deathmatch brauche ich noch ein paar ribbons auch noch dazu da bin ich gerade an der medaille dran und ja deswegen habe ich gedacht nehme ich das mal sind glaube 175 tickets hallo was zum teufel war das wenn wir das mal irgendjemand erklären hier schießt er dich rum da ist mal hier vor hat blitzing ui nix gibt es nicht es gibt es nicht kriegst du nicht runter geschossen anscheinend also die kaha meine ich macht mehr der mensch kann jetzt aber noch nicht sicher sagen genau neben dem es war aber wenn ich sowas sie dann denke ich mir okay warum kriegst du nicht ich kriegst du nicht da ich krieg ordentlich hitmarker muss ich schon sagen also es scheint dass ich trifft auf jeden fall die gegner mit einigen salben sagen wir es mal so aber so wirklich da und kriegt ich kann gar nichts machen er will 720 macht mich hier nieder keine chance tradition weg der so erste hallo was geht hier gerade ab vier zu sechs ja ewig geil das macht spaß ja weiß nicht wo ich hier gelandet bin problem ist halt auch das problem ist halt auch ich muss mich halt jede runde mit einer neuen waffe befassen ich will euch kompletten waffen zeigen und es heißt halt auch dass ich die waffen jede runde wechseln muss und das heißt wiederum besser denn erstmal genau das hat ziemlich schwer ist sich so schnell umzugewöhnen gerade jetzt hier wird er gerade von der visierung auch sogar und es ist ziemlich schwer es kommt darum die ecke einer wo schießt denn hier überall das ist doch krank oh gott war doch auch hier irgendwas ok ja toll unter dem mit der sniper entgegen super oh yeah also ich glaube leute die runde die ist nicht mehr zu retten ich weiß nicht ich die waffe ist ziemlich komisch wenn man die gegner trifft dann lässt sie auch mal eine salbe gern aus keine chance zu viele kommen sie von allen seiten weiß nicht wo du hingucken soll also egal wo man dann auch hinguckt es ist glaube ich auch immer falsch so nach meiner erfahrung zu erteilen deswegen jetzt hat sie wieder aufgehört ich habe nochmal eine salbe auf jeden fall gedrückt gehabt ja die war nochmal unter auf den geschossen ich wusste jetzt nicht ob das schon revived worden ist denkt man mit der waffe braucht man auch seine übungen also man sollte sie halt schon drei vier runden spielen ich denke mal dann ist ja gar nicht schlecht dass es so wie ich jetzt angefangen habe also mittlerweile geht es einigermaßen sagen wir es mal so ich triff besser als vor fünf minuten kann aber auch nicht sagen ich triff wirklich gut mit der ja toll dann habe ich gar nichts sehen hinten dran sind doch leute markiert von mir deswegen habe ich gedacht ja ja da rennen wir halt mal durch zu denen krass leute die halt nicht auf die karte gucken kann man nichts machen ha ha bessere position jetzt hätten die eigentlich an schuss 31 akzeptabel oh gott da ist noch mal einer ich höre es da ist irgendjemand ey 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 wake up oder irgendwie sowas gesagt das ist krass also boah schnell weg he scheiße ist aber rechts nebendrin am einer dass ich meine granate aber auch nicht rauswerfe ich verstehe es nicht einfach mal irgendwo hier in die gegend so ist ja scheißegal lol warum hat jetzt meine waffe nicht mehr geschossen aha grad ganz kurzer test mal ich drücke jetzt so schnell wie ich wie ich bei wenn ich einen gegner vor mir stehen habe wie ich dann drücke und ich muss sagen sie läuft durchgehend wenn jetzt ein gegner vor mir ist komischerweise vielleicht sieht man es gleich mal wieder dann lässt sie doch mal eine salbe manchmal aus nein ach komm warum habe ich denn so viel pech was habe ich für ein team okay das war eigentlich ziemlich gut ausgeglichen hm na schön camp hier rum na toll ich habe ja wieder so ein scheiß rohr getroffen oh jaja keine gute deckung gucken ob wir hier noch eine schöne 2 akd hinkriegen bin ich ziemlich gespannt ich habe ja nicht mehr viel zeit scheiße mhm werde wahrscheinlich nicht hinhauen bis jetzt habe ich es immer einigermaßen geschafft ich glaube das ne das haut nicht mehr hin eigentlich schade ja ich muss sagen also hm oh man kann sie nehmen ah lol von unten also die geräuschkulisse hier ist phänomenal auf close quarters maps also du weißt echt nicht ob sie unten oben oder wo ist denn auch rumstreuen vom sound her hat sich immer sonnensfernsehen genau hinter dir ja das wird ja wie schon gesagt ziemlich knapp das ist einer mit der pump das muss nicht hingehen ja war klar ich hätte es ja nicht wissen müssen dass immer irgendwo wenn ich mal kurz gucke ob da nicht vielleicht nochmal einer ist dass einer da meint ja muss mir in die rücke schießen ja gibt es halt passiert also das mit der 2 akkd ist auf jeden fall gegessen machen wir nichts mehr ja wir rennen weiter jetzt natürlich naja klar das wäre dann du hast gesehen es hat sie wieder aufgefallen zu schießen hey man schon wieder 3% also jetzt kommt es aber mal auf die liste wie oft ich die 3% grad schon erreicht habe das ist wirklich phänomenal mal wieder da war einer ah ah ne haut nicht hin kann ich nichts machen campen wir hier noch kurz holen wir uns den sieg immer einen sieg also mit dem herr wenn die führung gut übernommen obwohl ich glaube ich nicht wirklich viel dazu beigetragen habe muss ich ganz ehrlich sagen ja schön da schwitter in der rücke geschossen und haben was von der pump gun aber da machst du nichts jetzt ist natürlich zu ende wenn man mich halt nochmal in der rücke schießen ja ja 16 13 16 14 gleich so sag ich doch leider nicht so wie erwartet waffe werde ich für mich also werde ich auf jeden fall nicht mehr nehmen aber ja wer auf so waffen steht so mit burst warfen mit drei schuss zwei schuss ist es eigentlich nicht schlecht also könnte ich mal empfehlen aber dann eher die kh ich bin wieder raus das war es mit der m4 und ich bedanke mich für immer fürs zuschauen und sag bis zum nächsten mal ciao